Musik Buchsbäume haben es heutzutage überhaupt nicht mehr einfach, denn diverse Krankheiten, aber auch vor allem der Buchsbaumzünsler, der an den Blättern und Zweigen nagt und Kahlfraß verursacht, das macht den Pflanzen das Leben schwer und es ist auch für jeden Hobbygärtner eine sehr ärgerliche Sache, wenn die liebevolle Arbeit zunichte gemacht wird. Buchsbäume sind ja sehr beliebt für die vielfältige Gestaltungsmöglichkeit, als einzelne Solitärpflanzen in einer Form geschnitten, was ja beim Buchsbaum sehr, sehr gut funktioniert, aber auch als einrahmende Hecke oder Einrahmung für Beete oder als französischer Garten, also es gibt so viele diverse Möglichkeiten, um den Buchsbaum im Garten zu integrieren und da ist es natürlich für jeden Hobbygärtner eine sehr ärgerliche Sache, wenn einem die liebevolle Arbeit zunichte gemacht wird von diesen kleinen Parasiten. Entsprechendermaßen wollen wir uns heute in diesem Video mit dem Buchsbaumzünsler beschäftigen. Erstmal ein paar grundlegende Informationen, was ist der Buchsbaumzünsler, wie agiert der überhaupt, wie kann man einen Befall erkennen und dann was für Möglichkeiten gibt es. Gibt es Hausmittel oder was gibt es für biologische Varianten, um den Buchsbaumzünsler wieder loszuwerden und was machen wir in unserem Garten. Das werden wir alles in diesem Video besprechen. Es ist ein bisschen Arbeit gewesen, aber wir hoffen, euch gefällt dieses Video. Beginnen wir doch mal mit den grundlegenden Informationen. Der Buchsbaumzünsler ist ein aus Ostasien stammendes Neozon, das zu Beginn des 21. Jahrhunderts nach Europa eingeschleppt wurde. Ausgewachsene Falterweibchen des Kleinschmetterlings suchen zur Eiablage gezielt Buchsbäume, die kaum oder gar nicht befallen sind, was besonders die Ausbreitung des Neozons begünstigt. Geschlüpfte Larven durchlaufen mehrere Stadien bis zu ihrer Verpuppung. In dieser Zeit ernähren sie sich von dem Blattwerk und der Zweigrinde, wodurch starke Schäden an den Pflanzen verursacht werden können. In unserer Region ist der Buchsbaumzünsler ab März, April ab einer Temperatur von 7 Grad Celsius aktiv. So entsteht ca. alle 2 bis 3 Monate eine neue Generation, bis zu 3 innerhalb eines Jahres. Buchsbäume sterben nicht zwangsläufig durch einen Befall durch den Buchsbaumzünsler ab. Sie können sich auch wieder regenerieren und erholen, aber die Überlebenschance sinkt natürlich bei jedem weiteren Befall. Und natürlich auch optisch gesehen sieht eine befallene Pflanze nicht sehr schön aus durch den gesamten Kalfraß, durch die Gespinste und so weiter. Jetzt schauen wir uns aber erst mal an, wie erkennt man überhaupt einen befallenen Buchsbaum. Wer Buchsbäume im eigenen Garten hat, sollte seine Pflanzen regelmäßig kontrollieren. So kann ein Befall frühzeitig erkannt werden, bevor zu große Schäden an eigenen und umliegenden Pflanzen entstehen. Die Larven des Buchsbaumzünslers können besonders im frühen Stadium leicht übersehen werden. Aber auch größere Larven tarnen sich durch deren farbliche Anpassung gut, weshalb auch auf andere Merkmale geachtet werden sollte. Achtet daher bei Kontrollen auf helle Flecken auf Blättern des Buchsbaumes. Außerdem auf weiße Gespinste und grünliche Kotkrümel. Bei stärkerem Befall sind zudem Fraßspuren an Blättern und Zweigen zu erkennen. Jetzt schauen wir mal, was kann man gegen den Buchsbaumzünsler machen, was für Hausmittel gibt es gegen diesen Parasiten. Für die weitere Diagnose der Falteraktivität eignen sich besonders auch spezielle Pheromonfallen. Diese locken mit Duftstoffen männliche Tiere an, wodurch besagt werden kann, dass zurzeit auch weibliche Falter zur Eierplage aktiv sind. Jedoch funktionieren solche Pheromonfallen nur bedingt bei der Bekämpfung. Nach festgestellter Aktivität durch Pheromonfallen kann ein Rückschnitt und die anschließende Entsorgung des Schnittguts erfolgen, wodurch frisch gelegte Eier von der Pflanze entfernt werden können. Sind bereits geschlüpfte Larven in der Pflanze, kann man versuchen mit einem starken Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger die ansitzenden Larven abzuspülen und anschließend einzusammeln. Diese Maßnahme kann allerdings auch Schäden und Verletzungen an der Pflanze verursachen, wodurch diese wiederum anfälliger für Krankheiten sind. Eine weitere Methode ist eine Hitzetherapie im Sommer. Bei dieser Methode gibt man an einem heißen Sommertag einen schwarzen Müllsack für mehrere Stunden über die Pflanze. Die unter der Folie entstehende Hitze soll die Zünselarven abtöten. Zu bedenken wäre aber auch hierbei, ob neben den Larven auch die Pflanze selbst eventuell Hitzeschäden erleiden könnte. Bei größeren Pflanzen oder einer ganzen Buchsbaumhecke ist diese Herangehensweise zudem sehr aufwendig. Häufig findet man keine passenden Müllsäcke für die entsprechend großen Pflanzen. Sind bereits auf den Pflanzen größere Larven erkennbar, kann man natürlich versuchen, diese direkt abzusammeln. Jedoch tarnen sich die Larven gut und bei Gefahr können sie sich flink von den Pflanzen an kleinen Fäden hinablassen. Somit ist es insgesamt schwer, alle Larven zu finden und zu entfernen. Das Absammeln eignet sich daher besser, wenn der Befall sehr stark ist, um zumindest vorübergehend den Druck etwas zu senken. Und natürlich muss man dafür einiges an Zeit mitnehmen. Eine weitere Maßnahme ist das Bestreuen der Pflanzen mit Algenkalk. Manche nutzen hier auch Gesteinsmehl. Dieses Pulver soll den Tieren ihr Gebiss zerstören, wodurch sie die Lust an der Nagerei verlieren sollen. Jedoch fehlen zur biologischen Wirksamkeit die wissenschaftlichen Belege und auch wir konnten in unserem Garten nach mehrfacher Nutzung keinen Erfolg erkennen. Häufiger wird auch darüber diskutiert, inwiefern natürliche Feinde, wie zum Beispiel Vögel als Räuber, gegen den Buchsbaumzünsler in Frage kommen könnten. Aber hierbei besteht auch wieder die Problematik der Toxizität des Buchsbaumes, in dem über 70 verschiedene Alkaloide, unter anderem Zyklobuxin D, enthalten ist. Und diese sind somit auch im Buchsbaumzünsler enthalten und könnten insofern eine Problematik für einen Räuber darstellen. Dennoch wird berichtet, dass in einzelnen Regionen gewisse Vogelarten durchaus Buchsbaumzünsler jagen sollen und daher besteht eventuell auch die Möglichkeit, dass sich der Buchsbaumzünsler auf natürliche Art und Weise in die Nahrungskette einordnen könnte. Dennoch, denke ich, wird das noch einige Zeit dauern, bis die Natur das auf natürliche Weise regelt und der Buchsbaumzünsler, deren Population auf natürliche Weise gering gehalten wird, sodass die Schäden überschaubar sind. Neben den genannten Haushaltsmitteln und Methoden gibt es natürlich auch chemische Präparate, von denen ich persönlich aber nur abraten kann, weil damit schadet man häufig auch der Natur, anderen Insekten und Tieren und vor allem in Bezug auf die erhaltenswerte Vielfalt in vielen Gärten sollte man lieber Distanz nehmen von solchen Methoden. Anders sieht das bei biologischen Präparaten aus. Großer Vorreiter hierbei ist das sogenannte Bacillus thuringiensis, eine Bakterienkultur, die Toxine synthetisieren und auf natürliche Weise den Buchsbaumzünsler bekämpfen können. Und da schauen wir uns jetzt mal die biologische Funktion an, wie Bacillus thuringiensis den Buchsbaumzünsler auf natürliche Weise bekämpft und warum Bacillus thuringiensis so naturverträglich ist. Bacillus thuringiensis ist ein natürlich vorkommendes Bakterium. Diese Stäbchenbakterien haben die besondere Eigenschaft, sogenannte Bt-Toxine zu synthetisieren. Die Wirkungsweise ist wie folgt. Eine Kultur des Bacillus thuringiensis wird auf den Buchsbaum gegeben. Die Buchsbaumzünsler nehmen mit dem Blattwerk auch die Bakterien auf. Wenn wir uns diese Prokaryoten etwas genauer anschauen, bemerken wir, dass diese ein rundes Plasmid besitzen, auf dem die genetische Information für die Bildung des Bt-Toxins angelegt ist. Die Bakterien synthetisieren nach der genetischen Sequenz des DNA-Strangs kristalline Proteine. Im alkalischen Milieu des Zünsler-Darms löst sich die kristalline Hülle des Proteins. So entsteht das sogenannte Protoxin, das weiterhin unwirksam ist. Erst nach der Ausspaltung durch spezielle Enzyme, sogenannte Proteasen, wird das aktive Toxin frei. Die Darmwand des Zünslers besteht aus einzelnen Zellen, die, wie man erkennen kann, verschiedene Zellelemente, die Organellen, besitzen. Umgeben ist die Zelle von einer Zellmembran, bestehend aus einer Doppellipidschicht. Auf der Oberfläche liegen spezifische Rezeptoren, die von den freigelegten Toxinen erkannt werden. Aus mehreren Toxinen bilden sich sogenannte Toxin-Komplexe. Sie integrieren sich in die Zellmembran des Darmebitels. So entstehen Poren in der Zellmembran, wodurch die Osmose der Zellen gestört wird, da Ionen in die Zelle eindringen. So kommt es schließlich zur osmotischen Lyse, dem Auflösen der Zelle. Die Buchsbaumzünslerlarven sterben. Nun stellt sich bestimmt die Frage, ob dieses biologische Mittel auch Nebenwirkungen für andere Organismen haben könnte. Da diese Stäbchen-Bakterien-Kultur direkt auf- und in die Buchspflanzen gegeben wird, muss ein Tier explizit Pflanzenelemente des Buchsbaumes zu sich nehmen. Neben dem Buchsbaumzünsler gibt es, besonders auch aufgrund der erwähnten hohen Toxizität der Pflanze, praktisch keine Tiere, die sich vom Buchsbaum ernähren. Des Weiteren gibt es verschiedene Stämme dieser Bakterienkultur, die unterschiedliche kristalline Proteine synthetisieren. Nur von den artspezifischen Proteasen können die Betitoxine freigelegt werden. Zudem muss der spezifische Rezeptor an der Darmzellmembran vorhanden sein. Nur dann kann es auch zur Lyse dieser Zellen kommen. Auf diese Weise wirken die einzelnen Stämme nur auf ganz spezifische Insektenarten. Bei anderen Lebewesen, wie uns Menschen oder eventuell Räubertiere, wie zum Beispiel Vögel, wirkt das Toxin überhaupt nicht. Auch sind Betitoxine natürlich abbaubar. Insgesamt gilt, dass eine bessere Wirkung bei noch kleineren Zünsterlarven erzielt werden kann, da diese eine geringere Darmzelloberfläche im Vergleich zu grösseren Larven haben. Insgesamt lässt sich also zusammenfassen, dass der Einsatz von Bacillus thuringiensis praktisch keine negativen Folgen für die Umwelt und andere Organismen oder auch Bienen und anderen Insekten hat. Insofern wird auch mit dieser Bakterienkultur, die ich ja sehr interessant finde, seitdem ich mich damit beschäftigt habe, auch gerne damit geforscht. Es wird versucht, diese auch in anderen Domänen und Bereichen anzuwenden. Übrigens ist auch diese biologische Substanz mit dieser Bakterienkultur auch im biologischen Anbau in der Landwirtschaft zugelassen und erlaubt, weil es eben sehr verträglich mit anderen Lebewesen und Insekten in der Natur ist. Und vor allem, weil wir berücksichtigen wollen, dass wir die Natur, die Umwelt schonen wollen, ist es für mich auf jeden Fall vertretbar, dieses Mittel, das kaum oder eigentlich gar keine Nebenwirkungen hat, zu verwenden. Aber ich kann natürlich auch jeden verstehen, der sagt, okay, ich bleibe lieber bei den Hausmitteln und wenn man erstmal damit versucht, den Buchsbaumzünsler in Schach zu halten. Bei der Anwendung dieses Mittels gilt natürlich schauen, wie es in der Produktbeschreibung beschrieben ist. Dort wird normalerweise ziemlich klar und gut erklärt, wie man dieses Mittel auf den Buchsbaum geben muss. Ich finde aber auch, in Kombination mit Pheromonfallen kann man sehr gut und effektiv die Buchsbaumzünsler bekämpfen. Die Pheromonfallen, wenn dort männliche Falter eingefangen sind, weiß man, zurzeit ist der Buchsbaumzünsler aktiv und dann kann man 10 bis 14 Tage später mit Bacillus thuringiensis, die Bakterienkultur, auf den Buchsbaum geben und somit sehr effektiv die Falterlarven bekämpfen. Zum Schluss des Videos möchte ich noch einmal betonen, es gibt nicht nur die eine Möglichkeit und Variante, sondern viele Wege führen nach Rom und zum Erfolg gegen den Buchsbaumzünsler ob es Hausmittel sind oder ob es eine biologische Bakterienkultur ist. Man kann mit vielen Methoden Erfolg haben und jeder muss natürlich seinen eigenen Weg finden. Es wäre aber sinnvoll, wenn vor allem viele Gärten Buchsbäume haben, sich irgendwie abzusprechen, dass alle irgendwas zumindest gegen den Buchsbaumzünsler unternehmen, weil wenn ein Garten nichts tut, dann bleibt dort eine Generation, die im Folgejahr wieder die Buchsbäume in der ganzen Umgebung wieder befällt. Und insofern muss man da versuchen, sich ein bisschen abzusprechen. Wie man genau gegen den Buchsbaumzünsler vorgeht, steht natürlich jedem frei zur Verfügung. Aber ich finde, wenn man Buchsbäume hat, dann sollte man versuchen, vielleicht ein bisschen was dagegen zu tun, weil man ja auch andere Gärtner, die Buchsbäume haben, nicht gerade einer Freude macht, wenn diese dann wieder Larvenbefall haben. Es ist auch ratsam, nicht nur einspurig zu fahren, sondern mit mehreren Methoden zu experimentieren und zu probieren. Und somit kann man sicherlich den Buchsbaumzünsler gut in Schach halten und die Pflanzen bleiben, so gut es geht, verschont. Wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, dass wenn ihr jetzt im Herbst den Buchsbaumzünsler gut bekämpft, egal ob auf biologische Weise oder mit Hausmitteln und so weiter, wenn ihr es jetzt schafft, dann kann eine Zünslergeneration nicht überwintern und ihr habt erst einmal im nächsten Jahr so gut es geht Ruhe vor diesen Parasiten, bis dann die nächsten Generationen kommen. So könnt ihr etwas auch die Ausbreitung vor allem auch bei euch vermindern und ihr habt etwas weniger Stress und Arbeit mit diesen Parasiten. Wer generell die Lust am Buchsbaum verloren hat, für ihn gibt es natürlich auch andere pflanzliche Alternativen, also andere Pflanzen, die man statt dem Buchsbaum setzen kann und eine ähnliche Ästhetik im Garten verursachen können. Jetzt am Ende wird es mich nochmal interessieren, was macht ihr gegen den Buchsbaumzünsler? Habt ihr viele Probleme damit? Starken Befall? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Es ist ein schwieriges Thema im Garten, womit viele Probleme haben und es sind auch vor allem meine persönlichen Erfahrungen, die ich damit gesammelt habe und ich wollte das mal ein bisschen zusammenfassen. Es war ziemlich viel Arbeit, vor allem die biologische Wirksamkeit von B.T., von Bacillus thuringensis, so zu erklären, dass es hoffentlich für euch verständlich ist. Ich hoffe, ich konnte es biologisch so verständlich machen, dass es jetzt nicht zu kompliziert ist und ja, es würde mich sehr freuen, wenn ihr deshalb auch, vor allem deswegen, Daumen nach oben da lasst, gerne Kanal abonnieren. Wollt ihr öfters, da ich etwas über Schädlinge mache oder generell irgendwas anderes? Schreibt auch gerne mal Themenvorschläge in die Kommentare. Video weiterempfehlen, falls ihr in der Umgebung viele Probleme mit Buchsbaumzünsel habt und ansonsten sehen wir uns in einer der nächsten Videos wieder. Bis dahin und jetzt heißt es abschalten und raus in den Garten.